In einer stürmischen Nacht werden zwei ungewöhnliche Männer vom Schicksal zusammengeführt. In einer einsamen Holzhütte in den Wäldern Norwegens trifft ein weiser Abenteurer am Ende seines Lebens auf einen jungen Ausreißer. Stellen Sie sich vor, nur eine Begegnung könnte den Verlauf Ihres gesamten Lebens verändern. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken den Weg zu einem freien, selbstbestimmten Leben. Wären Sie bereit, ihn anzutreten? Untertitelung des ZDF für funk, 2017